servus büros herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die gold und silber regen von komet gekauft für 1,79 bei rossmann die sind auf jeden fall deutlich kleiner als die von veco das fällt schon mal grundlegend auf neem liegt hier bei 8 gramm wir schauen einfach mal rein in die schachtel wie die von innen so ausschaut aber da sind wir doch sonst sind schon offen so fahren die aus ich finde tatsächlich nicht ganz so schön wie die gold und silber regen von veco irgendwie moderner gehalten irgendwie ganz so so edel es wirkt halt einfach irgendwie nicht so edel weil es hier einfach umgeklebt ist das papier nichtsdestotrotz wir geben dem ganzen hier natürlich eine chance testen die einfach mal ich mache ruhig mal 23 von jeder sorte auf geht's gold und silber regen von komet viel spaß komet gold und silber regen los geht's mit einem goldenen aber kurz angst bekommen dass der jetzt durchzündet alter was ist das denn machen wir den silbernen hinterher der war jetzt schöner aber der goldene gerade dabei jetzt machen wir noch mal einen goldenen geben wir noch eine chance ok der war jetzt besser aber also auch schön irgendwie auf eigene art und weise aber hat finde ich nichts mit dem gold regen von veco zu tun absolut gar nichts also kommt da definitiv auch nicht dran als abschluss mal noch mal einen silbernen ja insgesamt ganz nett aber da finde ich tatsächlich die von veco doch deutlich besser ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten video peru ciao macht's gut